Musik Einen wunderschönen guten Morgen! Es geht los mit einem neuen YouTube-Vlog. Worum geht's heute? Wir fahren zu einer Show, und zwar nach Pferden, da wo wir Röckenasset Night hatten. Da sind wir heute gebucht, mit unserer Shownummer. Welche Shownummer werdet ihr im Laufe des Videos noch erfahren? Es ist auf jeden Fall noch ziemlich früh. Wir haben es jetzt... Wir haben schon eine Minute nach sieben. Wir wollten vor einer Minute losfahren. Wir sind schon seit einer Stunde im Stall, und hier läuft alles auf Hochtouren. Wir sind immer ein bisschen spät dran. Aber hier ist das ganze Team schon fleißig. Alle Boxen wurden schon gemütztet, alle Pferde sind gefüllt. Ja, aber das muss auch getan werden, ne? Das muss auch getan werden, richtig. Und jetzt verladen wir die Showpferde. Die sind nämlich hier gerade bei mir im Stall, obwohl das eigentlich die Ausbildungsstelle ist. Aber da das Wetter so schlecht war die letzten Tage, haben wir die Pferde hierhin geholt, damit wir schön in der Halle trainieren können. Ja, die gehen jetzt von hier direkt auf den Transporter. Und, glaube ich sagen, abfahrt. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich habe schon eine Stunde meine Fliege gesucht, wie jedes Mal vor der Show. Ja, genau. Ah ja, das war natürlich mit auf Band. Ich finde mein Ausbild immer nicht. Ich könnte natürlich meine Sachen auch den Tag vorher packen, dann wäre alles entspannter. Aber das war keine Lust und keine Zeit da. Kommt mal mit. Ich zeige euch mal, was wir so gepackt haben. Und zwar ist der Pferdetransporter schon ready. Hier ist frisch eingestreut. Man sieht es gar nicht so. Ich muss mal Lichter machen. Die Heubar ist auch schon eröffnet. Die Pferde haben aber schon gefrühstückt. Und hier sind unsere Sachen. Ah, das ist ein Kutschgeschirr. Man könnte erahnen, welches Schaubild wir machen. Und ansonsten haben wir nichts. Wir haben ein Kutschgeschirr. Das ist das Schöne an Freiheitsressum. Man braucht fast nichts. Bürsten. Wir sollten ein paar Bürsten anpacken, um die Pferde zu putzen. Mein Show-Outfit ist vorne im Wohnabteil. Den Anhänger haben wir auch noch dabei. Okay, jetzt kann ich es euch mal zeigen. Hier ist die Kutsche drin. Ist doch logisch. Wenn wir ein Kutschgeschirr dabei haben, machen wir auch eine Kutsche mit. Da sieht man jetzt nicht so viel. Aber ihr müsst aufpassen. Ich habe nämlich eine neue Kutsche. Die habe ich jetzt erst seit zwei Tagen. Ich bin mega froh, dass ich jetzt endlich mal eine eigene Kutsche habe. Klar, ich habe natürlich eigene Kutschen. Die sind aber eher so für den alltäglichen Gebrauch hier auf dem Hof. Und ich hatte mir immer eine Kutsche ausgeliehen von einer Freundin. Die hatte nämlich den perfekten Wagen. Der läuft mega leicht. Passt perfekt auf den Zweier-Anhänger. Was für mich halt super wichtig ist. Und Woody läuft einfach verdammt schön vor. Und jetzt habe ich... Mein Mut zusammengefasst. Nein, dann habe ich investiert. Und habe mir diese Kutsche gekauft. Von Kutschentrendkamp. Ja, das ist die Nano. Die ist mega geil. Ich zeige euch die später nochmal. Ich bin einfach so happy, dass ich jetzt einfach meine eigene Kutsche habe. Ich konnte es ja jetzt ewig testen mit der Kutsche von meiner Bekannten. Und jetzt muss ich mir die nicht mehr ausleihen und habe die immer parat schön dabei. So, ich würde sagen, Räder aufladen. Unsere ganzen Ausbildungsferder sind heute frei. Deswegen brauchen die auch keine Bürsten. Dann können wir die schon mal mitnehmen. Ein paar Abschiedswerke morgen auch noch. Wenn es kalt ist. Das ist auch schön. Hier sind alle wieder frisch geschoren. Das liebe ich ja. Da muss man nicht so viel putzen. Ein Traum. Und ansonsten haben wir eigentlich alles. Sehr schön. Sehr schön. Ich hole mal das erste Pferd. Komm, Dieter. Ah, ne, 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 ne. Du hast schon gefürchtet. Ah, ne, 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 ne. Du hast schon gefürchtet. Tja, dann haben wir die. So, Woody und Dila sind schon drauf. Und ich habe das letzte Mal noch ein paar Mal in den Kommentaren gelesen, dass die Frage kam, warum ich meine Pferde eigentlich so nackt fahre sozusagen. Also meine Pferde haben ja keine Transportgamaschen drauf, die sowieso aus der Box kommen, irgendwie auf dem Transporter. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht im Laufe der Jahre, dass das so am allerbesten funktioniert. Ich habe die früher auch komplett eingepackt, die Pferde, bis an Ohrenspitzen. Und habe das schon so oft erlebt, dass die Pferde sich die Transportgamaschen runtergetreten haben. Dann werden die unruhig, weil die zwischen den Beinen klemmen und solche ganzen Pangeleien. Und ja, deswegen fahre ich die Pferde einfach so, wie sie sind. Und muss sagen, da wird die allerbesten Erfahrung mitgemacht. Einen Stellplatz haben wir natürlich noch frei. Der ist für Cody. Cody bekommt hier unten ein bisschen Heu hin. Der kommt da oben ja gar nicht dran. Den holen wir auch noch mal fix. Der steht im anderen Stall. Der King kommt da auch. Cody ist auch frisch geschoren. Das ist immer richtig schön. Wenn Cody geschoren ist, dann ist er immer gleich 50 Kilo leichter. Das sieht zumindest so aus. So, die Pferde sind verladen. Jetzt noch kurz hier klar Schiff machen, dann gehts los. Gut, alle Horses versorgt, alle Türen sind zu. Let's go! Die Pferde ist aber dran. Okay, danke. Los ging's ab nach Pferden. Fix über die Autobahn. Wir sind ca. 2 Stunden gefahren. Wir sind wirklich gut durchgekommen. Im Gegensatz zu den Schier, die ihr gleich noch fahren werdet. Die standen nämlich im Stau. Wir aber zum Glück nicht. Meine kleine Pumpe, meine Schicknagel zum Türen Schießparkern bitte. Ich habe eine Mataplatte. Hallo, wir sind angekommen in Pferden. Das kennen wir ja schon hier. Wir sind 2 Stunden gefahren, sind gut durchgekommen. Die Pferde sind gut zufrieden. Jetzt schauen wir mal, wo unsere Boxen sind. Wir haben unsere Eintrittsbänder hier alle schon bekommen. Die sind, also ich habe nicht so viele, weil wir so viele Helfer sind, sondern für die ganzen Schielieder, ne? Die kommen nämlich auch. Ah, jetzt habe ich es ganz verraten. Wir machen die Kutschen-Nummer mit den Schielidern. Ganz was Neues. Hier sind unsere Boxen. Diese sind schon alle fresh eingestreut. Dann können wir mal direkt ein bisschen Heu reinpacken. Und dann laden wir die Pferde mal ab. Kann man das einer ummachen? Leute, vielleicht. Kann man einen in das Bantum machen? Alle laufen weg. So kann man einen in das Bantum machen. Tschüss. Vielleicht ist da im Schrank noch ein Strick. Als erstes haben wir natürlich dann die Pferde abgeladen. Vorher haben wir die Boxen ja schon fertig gemacht, dass sie dort Heu zur Verfügung hatten. Und Tränkebecken waren ja eh da. Und als allererstes durfte natürlich unser King Cody aussteigen. Cody haben wir auch nie angebunden, weil er sich sonst irgendwie in dem Strick verheddert. Und den legen wir immer ein bisschen Heu auf den Boden, weil er da oben ja gar nicht drankommt. Die beiden großen Jungs, die haben wir dann auch runtergeholt. Die sind auch eingezogen in ihre Boxen. Und dann konnten die da erstmal ganz in Ruhe ankommen. Und wir haben dann den Rest erledigt. Und haben angefangen, dass wir die anderen Sachen erstmal alle ausgepackt haben. Dass wir soweit alles voreinander hatten. Damit wir dann auch später schnell mit der Probe starten konnten. Die stand nämlich jetzt auch noch an, bevor die eigentliche Show eigentlich war. Die sind immer die besten. Jetzt haben wir ja auch schon fast gestüttelt. Richtig unprofessionell ohne Haken. So, die Pferde sind hier eingestellt. Jetzt schauen wir nochmal, dass wir alles besprechen für die Show. Und die Pferde werden auch schon fertig gemacht für die Probe. Wir haben nämlich vor der Show noch eine kleine Probe, dass wir den Pferden einmal die Halle zeigen können. Ja, die Leute machen unsere Pferde fertig. Ich gehe mal nach oben zur Technik und bespreche kurz die Musik. Und hoffe, dass die Chili da langsamer kommen. Okay, also ich habe Luisa am Telefon von den Chili da. Wir suchen die natürlich schon wieder. Ach guck mal, hier sind die anderen Chili da. Ja, den Laden kennen wir ja schon. Wir müssen, glaube ich, hier noch ein bisschen aufräumen, weil so können wir schlecht proben. Aber wir gehen jetzt erstmal hoch in die Technik. Moin. 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 Ja, für die Liedwechsel nennen. Ich würde die mir dann das über Julianas Funk durchgeben. Also, die können das Licht nicht ausmachen, weil es dann nicht wieder anfängt. Oh, geil. Das schöne LED-Tuch ist eigentlich flüssig. Wir haben jetzt alles besprochen. Wir haben noch ein paar Änderungen machen müssen, da da so Riesenblumenkübel einfach jetzt stehen. Die müssen auch stehen bleiben. Naja, ich hoffe, dass die Pferde nicht probieren, diese Blumen zu essen, weil das ist Plastik. So übel zerfällt. Ich sehe Cody da nachher schon hinlaufen, wie er einfach diese Blumen frisst. Naja, wir holen jetzt die Pferde. Die Chili da kommen jetzt auch alle. Die sind alle ein bisschen spät, weil die im Stau standen. Aber wir starten jetzt mit der Probe. Die Pferde wurden zum Teil schon fertig gemacht von meinen tollen Helfern. Damit wir wirklich fix dann in die Probe starten konnten, wir hatten nämlich nicht ganz so viel Zeit. Woody wurde dann erstmal wieder angespannt hier auf der Stallgasse. Und ich muss sagen, mittlerweile sind die da echt schon ziemlich routiniert. Und die interessiert das nicht so wirklich auf was für eine Stallgasse, wie die Pferde jetzt fertig machen. Wir sind dann auch direkt in die Halle reingegangen und haben den Pferden erstmal ganz in Ruhe nochmal die Halle gezeigt. Die kennen die Halle ja schon ein bisschen von Röckeners at Night. Aber jetzt, weil sie natürlich anders geschmückt werden, andere Lichteffekte. Von daher ist es immer gut, den Pferden das vorher nochmal zu zeigen. Die Schierlieder haben sich dann auch erstmal eingestuntet und warm gemacht. Und Cody wurde allerbestens umsorgt von Jolien, von meiner Praktikantin. Die beiden verstehen sich echt super. Der wurde erstmal schön geknuddelt und ich habe die anderen beiden warm gemacht, zusammen mit Max. Wir sind erstmal locker außen rum getrabt, um die Pferde warm zu machen und alles zu zeigen. Und dann konnten wir auch starten und wir haben einen Durchlauf nochmal vor Ort gemacht in der Probe. Und somit haben wir dann alles voreinander gehabt, haben die Musik abgestimmt und waren gut zuversichtlich, dass wir mit der Show starten können. Sohle, Junge Hengst! Sohle, Junge Hengst! Wir haben noch einen jungen Hengst dabei, den muss ich noch ein bisschen mehr ziehen. Aber sonst, die anderen Pferde waren alle gut. Jetzt holen wir die Kutsche wieder. Wir nehmen die Kutsche weg, machen alles ready für die Show und dann gucken wir noch ein bisschen was hier so geht. Wir wollen auf jeden Fall noch was essen. Dann heben wir noch eins mal die Hand für so ein nettes Pärtchen, glaube ich. Die Auktion ist hinterher. Ach schade. Aber es ist auch Online-Auktion. Geht gar kein Licht an, wie geht ihr gerade? Ja, jetzt geht's zu. So was haben wir mal nie. Showbesprechung? Showbesprechung. Schauen wir mal was jetzt. Was passiert? In der Showbesprechung wurde einfach nochmal alles besprochen. Der komplette Ablauf von den anderen Teilnehmern auch, wer bereitet wann welche Pferde vor. Und die Musik wurde besprochen, das Licht. Genau. Somit stimmt alles und wir haben uns die Auktion angeguckt. Warte, es einen Hundert bringt mit, wenn ihr wollt. Genau. Nee, nee, nee. Oh Gott, oh Gott! Die Besprechung ist ja durch. Wir schauen uns jetzt mal hier an, was so läuft. Und es werden jetzt noch die jungen Hengste, glaube ich, gezeigt. Und die Fohlen. Ja. Und nach unserer Show beginnen nämlich direkt die Versteigerungen. Da können wir leider nicht zugucken. Aber ich glaube, Max, du wolltest dir noch einen Fohlen mitnehmen, oder? Ja. Einen nehmen wir mit. Schau mal, welcher der Beste ist. Und dann können wir gleich auch einen Online bieten. Ich bin gespannt, ob da was Nettes dabei ist. Ganz Gold und viele Rampree-Dwist-Hackschutz. Wir haben uns ja die Fohlen gerade schön angeguckt. Jetzt gibt's Essen, Mittagessen. Max, hast du dir den Fohlen rausgesucht? Jo. Welches Witz? Wie hieß die Liebe nochmal? Weiß ich nicht. Blumenliebe oder so. Blumenliebe? War toll. War toll. Na, dann gucken. So, gleich mal ein bisschen die Hand her. Also, Max muss die Hand herben sonst. Da muss ich das nachher noch sagen. Ja, dann muss ich den Katalog gucken. Ja, dann schauen wir uns das noch mal ein bisschen genauer an. Und dann müssen wir auf der Rückfahrt schön online mitbiegen. Und zu guter Musik gibt's noch einen leckeren Nachtisch. Wer ist ein lecker Crêpe mit Nutella? Und? Kinderriegel? Und Max, was hast du? Zimt und Zucker. Zimt und Zucker. Mit den süßen Max gibt's Zimt und Zucker. In der Zwischenzeit konnten die Pferde sich nochmal schön entspannen und haben eine kleine Mittagspause gemacht. Die hatten alle nochmal Heu zu fressen und konnten sich auswohnen, bevor die Show losgeht. Oh, schön. Hier wird schon gewienert. Und ja, was haben wir zu sagen? Ich seh richtig gut aus. Tada! Hemd ist an, Fliegesitz, alles gefunden. Das war mega witzig. Max hatte einfach meinen Hosentrick und ich hatte seine Fliege eingepackt. Ja. Wir werden jetzt gleich die Pferde richten. Fertig machen. Manni, kannst du was dazu sagen? Ja, die Pferde, den geht's auf jeden Fall gut. Und wir starten gleich. Nice. Ja. Das wird super. Die Pferde wurden nochmal alle schön frisch gemacht. Die waren natürlich schon sauber von der Probe davor. Aber wir haben nochmal einen kleinen Feinschliff gemacht und haben dann wirklich nochmal wieder angespannt für die Show. Wir schauen natürlich immer, wenn wir eine Probe am gleichen Tag haben, dass wir das alles sehr kurz und knapp halten. Wir machen die Pferde da jetzt nicht lange warm. Die Show an sich, die ist auch nicht körperlich anstrengend für die Pferde. Das ist eher so für das Köpfchen vielmehr für die Tiere hier. Deswegen schauen wir, dass wir das vorher alles ganz entspannt halten und jetzt nicht da die Pferde stundenlang warm machen. Meistens machen wir sie wirklich nur 10-15 Minuten warm und fahren dann auch schon in die Show. So haben wir das hier heute auch gemacht. Bei der Probe hatten wir die Pferde ein bisschen warm gemacht, um die Halle zu zeigen. Jetzt hatten wir auch noch ca. so 15 Minuten, bevor die Show losging. Sind einfach nochmal entspannt ein bisschen Schritt gefahren und haben die dann noch ein bisschen aufgewärmt. Haben ein, zwei Lektionen vielleicht nochmal wiederholt. Aber ich sage immer, trainiert wird zu Hause. Das brauchen wir vor Ort nicht mehr. Und die Stierlieder haben sich dann auch warm gemacht. Und somit waren wir dann alle ready und haben nur noch gewartet, dass es endlich losgehen kann. Max, gibst du mal mit. Jetzt geht's los. Wir stehen vor dem Tor, warten darauf, bis wir rein können. Wir können nämlich nicht auf den Abreiteplatz, der direkt davor ist, denn da sind die ganzen jungen Pferde, die haben Angst vor Kutschen. Deswegen warten wir einfach hier im Gang. Ist auch schön. Trocken. Ist hier auch zu Hause. Dann fahren wir gleich straight in die Show. Geil. es ist nicht die Schein, ich bin ja zu Hause. Jetzt bleiben wir mal in die Woche. Es wird alleSC Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020